Der Fernsehstar Elin Schwiers leidet unter extremen Schmerzen. Sterbehilfe wäre für die Unser-Charlie-Darstellerin eine Option. Jetzt wird ihre Tochter Katharina Jakob dafür angefeindet, dass sie ihre Mutter nicht von ihrem Leid befreit. Es ist eine traurige Geschichte. Aufgrund einer schweren Erkrankung leidet Elin Schwiers 88 unter extremen Nervenschmerzen. Kein Moment im Leben der Unser-Charlie-Schauspielerin vergeht ohne Qual. Ihr Bett hat sie lange nicht verlassen. Die einst stolze Schauspielerin hat in dieser Situation keine Lebensfreude mehr. Sie wird rund um die Uhr durch ein Team von Palliativpflegekräften betreut. Die gesetzliche Lage zur Sterbehilfe in Deutschland verbietet es der 88-Jährigen, den Tod durch einen Arzt einleiten zu lassen. Sie selber möchte ihrem Leben auch kein Ende setzen. Davor hat sie Angst. Besonders schlimm, ihre Tochter Katharina Jakob 61 wird jetzt auf Facebook dafür angefeindet, dass sie dem Elend ihrer Mutter kein Ende bereitet. Die User bezeichnen sie als egoistisch und gefühllos. Um das Video zu sehen, in dem sie sich zu den Vorwürfen äußert, klickt hier. Wenn sie die Mutter von ihrem Leiden befreien würde, wäre das in Deutschland aktiver Mord. Die 61-Jährige, die selbst Schauspielerin ist und für ihre Rolle als Kommissarin in der Der Bulle von Tölz-Deutschland weit bekannt ist, hat ihrer Mutter auch angeboten, sie in Ländern mit anderer gesetzlicher Lage zu begleiten. In den Niederlanden oder in der Schweiz ist Sterbehilfe erlaubt. Schwieres ist es aber wichtig, in ihrer Heimat Berg am Starnberger See zu sterben. Es ist ein unglaubliches Dilemma. Die anmaßenden Facebook-Kommentare haben Jakob jetzt dazu veranlasst, die Situation in einem Video klarzustellen. Ich würde meiner Mutter sofort helfen, aber mit legalen Mitteln, betont Jakobs in der Videobotschaft. Mit aufgebrachter Stimme erklärt die Schauspielerin, dass ihr rechtlich die Hände gebunden sind. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen, meiner Mutter das Kissen aufs Gesicht drücken oder ihr eine Spritze setzen, erklärt die in Kanada lebende Schauspielerin mit deutlichen Worten. Ich wünschte, es wäre in Deutschland endlich erlaubt, selbst zu entscheiden, wann man gehen möchte. Unklar ist auch, ob ihrer Mutter, bekannt aus 08, 15, überhaupt sterben möchte. Diese sei geistig in einem klaren Zustand. Theoretisch wäre Schwieres in der Lage, selbst Medikamente wie Schmerzmittel zu hoch zu dosieren oder abzusetzen. Bisher hat die Filmlegende das aber nicht getan. Gegenüber über Bild äußerte Schwieres zuletzt, ja, ich bin zu feige, mir die Pulzadern aufzuschneiden oder mich vom Dach zu stürzen. Aber ich würde eine Tablette nehmen, wenn ich sie bekäme. Ich wünschte, es wäre in Deutschland endlich erlaubt, selbst zu entscheiden, wann man gehen möchte. Sterbehilfe wäre für die 88-Jährige also eine Option. Die Kreuzfahrrad-ins-Glück-Darstellerin stellt sich die Frage, ob ihrer Mutter wirklich nicht mehr leben will, sie ist viel zu neugierig. Eigentlich will sie das ja gar nicht. Sonst hätte sie das ja schon längst getan, sie hat also Hoffnung, dass Schwieres noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren hat. Der Sterbeprozess sei jedoch unausweichlich. Die Charakterschauspielerin soll eine letzte Party zur Verabschiedung all ihrer Freunde planen. Die Urne ihrer Mutter habe die Familie schon ausgesucht, berichtet Katharina Jakob der Hült. Alle Klugscheißer, oder Besserwisser, die über sie urteilen, fordert die 61-Jährige, auf die hasserfüllten Kommentare zu unterlassen. Wir gehen zum nächsten Mal.